Ich hab keinen Bock mehr auf euch. Ihr nervt mich nur noch. Den ganzen Tag mach mal, tu mal, hör mal. Und dann passiert jedes Mal so ein Mist. Wir fahren auf den Markt, wo es keinen Käse gibt. Jetzt stehen wir mit diesem Roller. Und habt ihr denn jetzt Käse? Mama, nervt mich nicht mit deinem Käse. Ich schmeiß den gleich hin, dann können die Vögel ihn essen. Also hast du Käse. Mama, ich lege jetzt auf. Tschüss.